Wow! So viel Schrott auf einen Haufen. Gibt's ja nicht mal im Fernsehen. Glaubt mir Leute, ich als altes Eisen kenn mich damit aus. Hier gibt's bestimmt auch noch Plätze für mein altes U-Boot. Also Leute, wenn ihr euren Schrott loswerden wollt, kommt zum Jungheim. Hier gibt's Cash in die Täsch. Jungheim-Bonn.de Hier trennt sich der Rost vom Eisen. Zahlen und vocabend.